Dann darf ich euch alle ganz recht herzlich zur seit Ewigkeiten ersten Pressekonferenz mit persönlicher Anwesenheit begrüßen, was mich sehr, sehr freut, dass wir uns auch mal wieder direkt sehen, wo ich aber gerne im Vorfeld, bevor ich unseren neuen kaufmännischen Geschäftsführer zu Wort kommen lassen möchte, vorher gerne noch mal kurz erklären möchte, warum wir uns jetzt heute persönlich treffen können und ansonsten mit Michael Kölner und Günther Gorenzel nicht. Das liegt schlicht und einfach daran, dass die beiden im Inner Circle der Mannschaft sind, dass die beiden in den Corona-Testungen dabei sind und dass da einfach die Regelungen des DFB ganz anders aussehen wie bei uns beiden, die wir nicht alle zwei Tage getestet werden und von dem her können wir heute unter Wahrung der Abstände auch das Ganze vor Ort machen. Ja, bedanken möchte ich mich im Vorfeld beim Bene Lankes, der uns den Löwenstüberl-Biergarten heute zur Verfügung stellt und Bene dir auch ganz offiziell nochmal nachträglich herzlichen Glückwunsch zum, ich glaube, 25. Geburtstag und dann darf ich auch gleich das Wort an unseren neuen kaufmännischen Geschäftsführer Marc-Nikolai Pfeiffer übergeben. Schön, dass du da bist und würde dich bitten, ein paar Worte zu den Kollegen zu sagen. Vielen Dank. Ja, vielen Dank für die einleitenden Worte. Liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, auch von meiner Seite nochmal ein herzliches Willkommen. Hier im schönen Bayern sagt man ja, habe die Ehre oder Servus. Zumindest habe ich mir das damals, als ich vor rund zehn Jahren hier in München gelebt habe, auch noch so gemerkt. Und für mich, wenn ich jetzt auch zurückkomme, wirklich wieder recht schnell heimisch. Ich freue mich, heute hier zu sein, Sie und euch alle persönlich kennenlernen zu dürfen und mit euch sehr vertrauensvoll und eng zusammenzuarbeiten. Zunächst möchte ich mich anfänglich nochmals bei den Gesellschaftern recht herzlich bedanken. Beim Verwaltungsrat, beim Beirat für das in mich gesetzte Vertrauen. Ich kann berichten, dass wir mit allen sehr positive, sehr professionelle Gespräche hatten und bin, wie gesagt, sehr dankbar, dass einheitlich sich die Gremien für eine Zusammenarbeit mit mir ausgesprochen haben. Ich möchte mich auch an der Stelle direkt beim Günter Gorenzel bedanken, der mich hier auch sehr offen im Empfang genommen hat, mir seine Einschätzung mitgeteilt hat, wie er die Situation sieht und aber auch immer wieder betont hat, dass ihm sehr daran gelegen ist, dass ich mir auch mal ein eigenes Bild mache und dass wir da sehr gut zusammenarbeiten können. Gleichzeitig gilt auch mein großer Dank an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hier im Verein, die auch dieses gute Gefühl des Ankommens vom ersten Moment an sichergestellt haben, mit einer Sympathie, mit einer Wärme, mit einer Offenheit mir begegnet sind, was so nicht selbstverständlich ist und was ich an der Stelle einfach auch nochmal herausstellen möchte. Ja, wie gesagt, zusammenfassend war es bis dato sehr offen, sehr positiv, sehr kooperativ und sehr wertschätzend. Und ich möchte auch dem Michael Scharold nochmal recht herzlich Danke sagen, der wirklich bis gestern Abend, die letzte Nachricht kam kurz vor Mitternacht, er nochmals wirklich alles dafür getan hat, hier sehr geordnete und gute Verhältnisse zu schaffen und auch gleichzeitig eine wirklich sehr, sehr gute und professionelle Übergabe vorbereitet hat. Vielleicht auch ein Stück im Vorgriff schon auf Ihre Fragen, die mit hoher Wahrscheinlichkeit kommen werden und auch auf gestern Abend einzahlen. Wie Sie wissen, hat ja gestern Abend dann auch nochmal eine Sitzung des Aufsichtsrats stattgefunden und da darf ich Ihnen heute sehr froh berichten, dass wir bekannt geben können, dass die finanzielle Basis für die kommende Spielzeit soweit gesichert ist. Die Gesellschaft und die Geschäftsführung hatte in den letzten Tagen auch stark unterstützt von Michael sehr produktive Gespräche und das Ergebnis ist, dass ein nachhaltiges Finanzpaket verabredet wurde, welches wie gesagt vom Aufsichtsrat gestern diskutiert und auch anstimmig genehmigt wurde und es uns die so wichtige Planungssicherheit für die neue Spielzeit beschert. Das ist wirklich eine sehr, sehr wichtige und gute Botschaft und das Ergebnis der Bemühungen aller im Vorfeld der viel Zitierten und wie ich es jetzt auf den ersten Eindruck dann auch wirklich direkt wahrnehmen durfte, der gesamten Löwenfamilie, die hier zusammensteht und wo jeder seinen eigenen großen Beitrag geleistet hat. Deswegen auch nochmal mein ganz besonderer Dank an dieser Stelle den beiden Gesellschaftern, dem Hassan Ismaik, der natürlich an der Stelle einen bedeutenden finanziellen Beitrag nochmals geleistet hat, der EV, der sich weiterhin sehr stark und im erheblichen Umfang auch der Jugend widmet, den Junglöwen im NLZ und an der Stelle möchte ich auch gleichzeitig nochmals die Sponsoren und Partner hervorheben, die natürlich auch mit Blick auf die neue Spielzeit jetzt schon ihre Verträge geschlossen haben, den Dauerkartenbesitzern und Fans möchte ich auch ein großes Dankeschön entgegenbringen, die auch im Rahmen der Macht der 60er-Voll-Aktion auch einen wesentlichen Teil dazu beigetragen haben, sodass wir wirklich alle Mitglieder der Löwenfamilie an einem Strang ziehen hatten. Und obwohl es sehr herausfordernden Zeiten sind, die uns Corona beschert, haben wir jetzt wirklich eine sehr, sehr gute Basis, auf der wir aufbauen können. Jetzt freue ich mich auf Ihre Fragen und auf die Zusammenarbeit und danke, dass ich hier sein kann. Ja, vielen Dank für die ersten Worte. Dann hätte ich das Mikro für eure Fragen und würde auch darum bitten, dass ihr euch vielleicht vorher ganz kurz vorstellt, bevor ihr die Frage stellt. Servus, hallo, ich bin der Uli Kellner von Münchner Merkur und auch von der TZ. Übrigens glühender Kickers-Fan, seit 1986 in beiden Bundesjahren dabei gewesen, also da können wir mal irgendwann wieder drüber reden. Zu meinen Fragen, also erstens mal würden mich natürlich die Details dieses Pakets interessieren, von dem Sie sprechen. Dann würde mich interessieren, ob Verträge dann zeitnah verlängert werden können. Drittens würde mich interessieren, wie der Kontakt zu 60 zustande gekommen ist. Ja, und dann hätte ich nachher noch eine weitere Frage, aber das drei auf einmal reichen. Das heißt, genauso wie ich es noch, Sie sich in der Farbe sozusagen treu. Das ist schon mal ganz schön, dass wir da eine gemeinsame Verbindung haben. Ich würde mit der dritten Frage anfangen, wie die Zusammenarbeit zustande gekommen ist. Es war ja medial öffentlich, dann Ende des letzten Jahres, dass der Michael Scharold und die KGRA die Zusammenarbeit beenden. Ich hatte mit einem dem Verein sehr nahestehenden ein informelles Gespräch und so sind wir eben auch auf die Vakanz gekommen. Derjenige hat mich gefragt, ob das nichts wäre für mich, um meine Zeit und meine Energie hier dem Verein zur Verfügung zu stellen. Und nachdem ich mich da so ein bisschen rein überlegt habe, hat mich diese Idee angefangen zu begeistern. Und dann hat eine klassische Bewerbung stattgefunden. Ich kann auch berichten, dass es ein gutes, professionelles Bewerbungsverfahren war, das sich dann auch über einen recht langen Zeitraum gezogen hat. Und wie eingangs erwähnt, bin ich auch sehr dankbar, dass das von beiden Gesellschaften dann auch am Ende zu einer einheitlichen Entscheidung gekommen ist. Die ersten beiden Fragen sind ja sehr nah beisammen, bezogen auf das Thema, wie jetzt halt hier die Planungssicherheit sich zahlenmäßig darstellt. Da würde ich Sie bitten, nachdem ich jetzt offiziell seit drei Stunden auf dem Vereinsgelände bin, auf der einen Seite zwar eine sehr ordentliche und gute Übergabe stattgefunden hat, habe ich mir erst einen profunderen Überblick verschaffen will, dass wir die Detailfragen bezogen auf die Budgets für die neue Spielzeit noch ein bisschen nach hinten verabreden. Grüße Sie, Herr Pfeiffer, Philipp Schneider von der Süddeutschen Zeitung. Vielleicht erst mal noch eine allgemeine Frage. Also was haben Sie, bevor Sie, wie Sie gesagt haben, die Idee hat angefangen, Sie zu begeistern, was haben Sie mit 1860 verbunden zuvor? Also worin besteht aus Ihrer Sicht der Reiz, gerade diesen Klub zu übernehmen? Das ist ja nicht selbstverständlich, muss man so zu sagen, kann aber durchaus begründet werden, denke ich. Und im Anschluss an die Frage des Kollegen Uli Kellner, Sie hatten gesagt, dass Hassan Ismaek einen beträchtlichen Anteil gehabt habe, bei diesem Rettungspaket für die kommende Saison, das jetzt geknüpft wurde. Heißt das, dass man, können Sie vielleicht verraten, sprechen wir da von Darlehen, die notfalls gegeben werden, auf die Zugriff gewährt werden kann? Oder ist das ein Sponsoring? Vielleicht zu Ihrer ersten Frage. Ich meine, wie wir alle hier sind, haben wir, glaube ich, alle ein sehr, sehr großes Interesse an dem Sport und an dem Fußball. Und ich glaube, jeder, der im Fußball arbeitet, der hat zunächst mal auch den Anspruch, sich bezogen auf das, um was es am Ende geht, auf die sportlichen Ergebnisse, dann auch weiterzuentwickeln. Und da war sicherlich auch die Liga-Zugehörigkeit, ein elementares Mitentscheidungskriterium. Andersrum, das ist das durchaus vorhandene Potenzial. Und ich hatte das mal angedeutet, es gibt durchaus auch Aufgaben und Themenstellungen, die gleich gelagert sind. Hier natürlich nochmal mit einem Faktor an höherer Komplexität, definitiv. Aber da kam auch das Zutrauen, mich hier mit der Erfahrung einbringen zu können und auch meinen Teil im Team dazu beitragen zu können, dass wir hier eine Fortentwicklung hinbekommen. Und ja, ich glaube, die Themen, für die 1860 München steht, die kennen Sie noch besser wie ich. Die Tradition, die Historie, das Umfeld und das Potenzial in der Stadt, ich glaube, das ist Ihnen, wie gesagt, viel geläufiger wie mir. Aber das waren sicherlich auch Faktoren, die mich nochmals zusätzlich begeistert haben, hier die Hand zu heben und mich auf die Stelle dann auch zu bewerben. Zu Ihrer zweiten Frage. Wir haben natürlich aufgrund von der aktuellen Corona-Situation auch ein Stück weit Unwägbarkeiten, die wir in die Zukunft gerichtet noch nicht komplett abschätzen können, wie sich die weiterentwickeln. Und insofern haben wir ein Finanzkonstrukt gefunden mit den Gesellschaftern, welches uns die Sicherheit auf der einen Seite gewährt und die Flexibilität auf der anderen Seite noch offen lässt. Gestatten Sie mich auch, mich dann noch mal auf das, was ich mit dem Vorredner besprochen hatte, zu beziehen, dass ich da gerne nochmals ein bisschen mehr Zeit mir nehmen möchte, um dann vielleicht auch in einem weiteren gemeinsamen Gespräch, wo wir dann tiefer in die finanziellen Themen einsteigen, da auch noch mal die genauen Hintergründe der Ausgestaltung Ihnen anzuvertrauen und mitzuteilen. Aber ich glaube, die Kernbotschaft ist, dass wir da letzten Endes im Fall aller Fälle abgesichert sind. Und das beschert uns die so wichtige Planungssicherheit für die Zukunft. Servus, Herr Pfeiffer. Mein Name ist Oliver Griss. Mich interessiert, wie haben Sie denn die beiden Gesellschafter kennengelernt? Persönlich oder über Zoom-Telefon? Weil in Corona-Zeiten war das ja wahrscheinlich ein bisschen schwierig. Ja, Herr Griss, vielen Dank auch von Ihrer Seite noch mal für die Fragen. Genau, also wie ich gesagt habe, es war ein sehr langwieriges, positiv Bewerbungsverfahren oder ein Prozess, der über mehrere Wochen ging, wo Corona sicherlich auch noch mal einen Teil dazu beigetragen hat, dass das vielleicht nicht ganz so effizient ablief, weil dann sicherlich auch zeitweise Reiseverbote galten. Insoweit, noch mal auf Ihre Frage zurückkommend, war es eine Mischung aus verschiedenen Dingen. Man hat sich persönlich begegnet vor Corona. Man hat sich während Corona über Zoom getroffen und hat sich dann nach Corona wieder persönlich getroffen. Schön ist, dass wirklich alle Gesellschafter mit mir im Kontakt waren. Können Sie auch sagen, dass Sie Hassan Ismark persönlich kennengelernt haben? Also waren Sie theoretisch in Abu Dhabi vielleicht oder eher nicht? Oder wie hat das funktioniert? Das fiel genau in die Zeit des Reiseverbots. Und insoweit gab es jetzt noch kein persönliches Vis-a-Vie. Aber wir hatten Kontakt und dafür bin ich auch sehr dankbar. Grüße, Herr Pfeiffer, Nicolina von BILD München. Ich habe auch zwei Fragen und zwar haben Sie ja gesagt, Sie werden zeitnah Hintergründe aufzeigen zu diesen Finanzpaketen, zu diesen finanziellen Lösungen, die man gefunden hat, dass man da in die Tiefe geht und erklärt. Ist das etwas, was man von Ihrer Arbeit erwarten kann? Mehr Transparenz, die sich die Fans ja zweifelsohne wünschen, was die Finanzlage bei 60 anbelangt? Und meine zweite Frage wäre, Sie können noch nicht genau darauf eingehen, wie es um die Vertragssituation der Spieler steht, können Sie aber einen Rahmen abstecken, wie Sie sagen, die Spieler warten ja schon relativ lange, wann sie sich erste Verträge erhoffen können. Gut, zu Ihrer ersten Frage. Ich denke, ich habe in der Vergangenheit meine Aufgabe so interpretiert, dass ich Stellung bezogen habe zu Aufgabenstellungen im kaufmännischen Bereich, sofern sie dem Verein und der Sache dienten. Also es geht halt immer um den Verein und wenn wir mit der Kommunikation 1860 München helfen können, dann werden wir da sicherlich auch Stellung nehmen und da bin ich auch gerne bereit, in Verantwortung und in den Austausch zu gehen. Wie tief man gemeinsam über Hintergründe in der Öffentlichkeit spricht, wird man dann gemeinsam sehen müssen. Das ist sicherlich themen- und aufgabenabhängig. Aber ich glaube, ganz wichtig ist, dass wir es gemeinsam schaffen, wenn ich so sagen darf, den Verein oder auch die Vereinsmarke zu transportieren, weil das sicherlich auch im kaufmännischen Bereich hilft, die Potenziale zu heben. Zu Ihrer zweiten Frage. Wie gesagt, wir haben gestern am späten Abend Einigung erzielt und der Aufsichtsrat hat sich da sozusagen auch zu dieser Lösung bekannt. Jetzt ist der Sport heute schon auf dem Weg nach Großasbach. Ich denke, wir werden uns dann auch morgen mit dem Günther zusammensetzen und dann die weiteren Schritte gemeinsam abstimmen und besprechen. Matthias Eicher von der Abendzeitung. Hallo auch von meiner Seite, Herr Pfeiffer. Meine erste Frage wäre, können Sie denn Ihre grundsätzlichen Ziele umreißen? Denn Sie wissen ja bestimmt auch, die ganze Fanbasis wartet und hofft, dass 60 dann irgendwann mal wieder die Rückkehr in die zweite Liga schafft. Zweite Frage für den Abfahrtssport. Was machen Sie denn mit Ihrer vermutlich wenigen Zeit, wenn Sie sich mal nicht mit Fußball oder Zahlen beschäftigen? Ich würde die erste Frage mit einem kurzfristigen Ziel beantworten, das ich im Eingang schon angerissen habe. Das kurzfristige Ziel ist jetzt hier möglichst schnell reinzukommen, die Menschen in Verantwortung kennenzulernen und dann im Team eben sehr schnell meine Rolle zu finden und eben dann auch die Themenfelder zu identifizieren, wo wir gemeinsam zu Erfolgen kommen können. Zum Thema langfristiges Ziel. Sehr wohl wissend, dass bei Traditionsvereinen, die in der Vergangenheit große Erfolge hatten, natürlich dann auch immer schnell ein Anspruch erwächst, ist es, denke ich, wichtig, realistische Ziele zu haben, die natürlich dann auch ein Stück weit immer korrespondieren mit der Fragestellung, mit welchen Mitteln kann ich den Spielbetrieb finanzieren und über die Finanzierung des Spielbetriebs, welche realistischen Ziele sind dann auch möglich. Zu Ihrer zweiten Frage. Die Aufgabe und der Beruf im Fußball ist durchaus sehr zeitintensiv. Ich bringe mich da auch wahnsinnig gerne ein, weil es mir Spaß, Freude bereitet. Ich versuche, einen Ausgleich zu schaffen, indem ich selber morgens mich immer vor der Arbeit noch sportlich betätige. Freundschaften, Pflege, Netzwerke, Pflege, was sicherlich in dem einen oder anderen Fall auch dem Fußball und dem Verein dann immer dienlich sein kann. Herr Pfeiffer, Sie haben ja da drüben mal hospitiert, bei Hermann Gerland. Für welche Farben schlägt Ihr Herz als Fußballfan? Genau, also die Sorge kann ich Ihnen nehmen, dass das Herz rot ist. Ich habe damals hier vor rund zehn Jahren für Nike in der Stadt gearbeitet. Da waren die Roten ja mit den drei Streifen unterwegs und da hatte ich so ein bisschen nebst der Hospitation natürlich auch den Swoosh im Hinterkopf. Für mich war es immer spannend, wohlwissend, dass mein Weg im Management eines Fußballvereins vorgezeichnet ist, auch zu verstehen, was auf dem Platz passiert. Und habe über einen familiären Kontakt die Möglichkeit eben gehabt, beim Hermann Gerland zu hospitieren. In meiner Jugend bin ich in Stuttgart bei dem Roten Verein groß geworden und habe das Fußballspielen gelernt. Ich habe aber sicherlich jetzt sehr vier prägende und emotionale Jahre bei den Stuttgarter Kickers gehabt und behaupte, sagen zu können, dass da schon eine enge Verbindung und eine Emotion gewachsen ist. Mit den Stuttgarter Kickers, genau. Fan im klassischen Sinne. Ich denke, man lebt auch immer die Aufgabe oder zumindest geht es mir so. Ich werde heute auch Abend das Spiel bestimmt mitleben und da Emotionen zeigen. Das ist auch eines meiner Dinge, dass ich auch ein emotionaler Mensch bin, positiv Dinge anschieben möchte. Und wahrscheinlich werde ich heute Abend dann auch da sehr stark schon auch mit dem neuen Verein mitgehen. Ja, ich schiebe jetzt meine angekündigte Frage nach. Und zwar die Verbindung Hassan-Ismaek TSV-68 besteht jetzt seit neun Jahren. Und sie war selten sehr harmonisch, freundlich ausgedrückt. Also es ist auf jeden Fall ein gewaltiges Spannungsfeld, in das Sie sich da begeben. Was stimmt Sie denn zuversichtlich, dass Sie da reüssieren werden? Es ist ganz lustig, in Anführungszeichen, weil ich auch bei uns in Stuttgart damals in ein sehr herausforderndes Umfeld eingetreten bin. Nach einem Abstieg mit verschiedenen Kräften, die da wirkten. Und dann sagt er mir da im Umfeld so nach dem Motto, wenn du die Kickers erfolgreich überstanden hast, dann kann nichts mehr kommen. Dann sage ich mit einem Augenzwinkern, ich bin es durchaus bewusst aus der Berichterstattung, aus den Vorgesprächen, dass es in der Vergangenheit manchmal auch Themen gab, die man im Team zu lösen hatte. Und ja, versuche ich jetzt meinen Teil dazu beizutragen, um hier auch irgendwo Einigkeit herzustellen. Und das war auch künftig, wie ich das in den letzten Tagen und Wochen sehr deutlich spüren durfte, dann halt auch weiter gemeinsam an einem Strang ziehen. Herr Pfeffer, haben Sie Menschen oder Personen im Freundeskreis, die gesagt haben, warum machst du das überhaupt? Weil es ist ja bekannt, 60 ist ein pulverisierender Traditionsverein, ähnlich wie die Stuttgarter Kickers. Warum macht man so eine Aufgabe? Klar ist es für Sie auch eine Chance, aber warum tut man sich so etwas an? Ich habe sehr viel Glückwünsche und Bestärkung aus dem Umfeld erfahren dürfen. Auch viele, die gesagt haben, wenn ich die Themen, die ich bei den Stuttgarter Kickers so gelebt habe, so verantwortet habe, wenn ich es schaffe, auch die Dinge, die wir dahin bekommen haben, auch letzten Endes ein Stück weit mitzunehmen in die jetzige Aufgabe, dass es uns gemeinsam in der jetzigen Konstellation gelingen kann, dass wir da auch Erfolge gemeinsam haben. Und wie ich sagte, ich bin da eher ein positiver Weggefährte und habe eigentlich die, ja, natürlich nimmt man wahr, wenn man irgendwo sensibilisiert wird, aber habe jetzt bei Menschen, die einen da irgendwo abhalten, um nicht zu sagen rückhalten wollen, habe ich eigentlich nicht genau hingehört, sondern habe mich auf die Kommentare bestärkt, die auch dahinter stehen. Und freue mich jetzt, wie gesagt, sehr stark hier mit Ihnen und euch gemeinsam dann auch das Thema hier aufzugreifen. Herr Pfeiffer, unter Vorbehalt, dass Sie sich natürlich noch in die Zahlen reinfuchsen müssen und noch keine komplette Übersicht haben, aber einfach so die Ferndiagnose, wenn man so will, wie wichtig ist aus Ihrer Sicht ein Aufstieg in die zweite Liga für 1860 aus finanzieller Sicht? Also das Thema, wie krank ist das Finanzkonstrukt als solches in der dritten Liga? Gut, sehr allgemein gesprochen ist es im Fußball immer von Vorteil, sicherlich sportlichen Erfolg zu haben, der in allen Bereichen, ob das dann TV-Geld, Sponsorengelder betrifft, Merchandising, Ticketing, natürlich dann auch eine höhere oder bessere Erlagslage beschert, als es die unterklassigere Liga im Vergleich dann halt tut. Gut, andersrum im speziellen Fall haben wir durch diese Übereinkunft jetzt zumindest mal eine gewisse Form der Planungssicherheit geschaffen, die halt sehr wichtig ist, die auch Liga unabhängig funktioniert. Und nichtsdestotrotz ist es definitiv elementar wichtig, dass wir alle gemeinsam, Sponsoren und Partner, Fans, alle uns einen Teil dazu beitragen, ja auch die Ertragslage so darzustellen, dass wir dann auch weiterhin dem Günter Gorenzel Mittel zur Verfügung stellen können, die er dann in den Sport allokiert. Aber die gefundene Lösung ist ja quasi ein Zuzahlgeschäft, das man möglichst nur auf Zeit so anlegen sollte. Und es muss ja irgendwie das Ziel sein, das Unternehmen auf eigene gesunde Füße zu stellen. Und ob das überhaupt in der dritten Liga mit dieser Struktur, ich weiß, Sie kennen jetzt noch gar nicht alle Zahlen, aber... Komme ich nochmal auf den Eingang der Aussage zurück. Also natürlich erhöht es die Wahrscheinlichkeit, wenn du sportlich erfolgreich bist, auch wirtschaftlich solide in Unternehmen führen zu können. Das ist definitiv der Fall. Aber andersrum muss... Macht es wenig Sinn, jetzt hier irgendwelche sportlichen Ziele auszugeben, die du wirtschaftlich nicht tragen oder finanzieren kannst. Und es muss immer in der Balance und im Gleichklang passieren. Und das ist so die Ausgangslage, auf der wir uns bewegen. Herr Pfeffer, wie würden Sie sich selber beschreiben? Was sind Ihre Stärken? Also ich bin sicherlich ehrgeizig, ob das jetzt eine Stärke ist. Nein, Ehrgeiz zweifelsohne Siegeswille im Team zu arbeiten. Es ist ein Thema, kreative Ansätze zu verfolgen, dass ich auch immer zugänglich bin, dass ich auch aus einem familiären Umfeld komme und mich in einem familiären Umfeld dann auch sehr gut einfügen und eingliedern kann. Das umreißt, glaube ich, so meine Person ganz gut. Wo war das? Heimat ist dort, wo man sich heimisch fühlt, habe ich so ein bisschen gelernt im Laufe der Zeit. Also ich durfte ja nach meinem dualen Studium, das mir schon verschiedene Orte in Deutschland beschert hat, dann auch über Nike und Hummel in Frankfurt oder in Hamburg leben. Und da hat sich wirklich herauskristallisiert, glaube ich, die Familie in Stuttgart. Aber wenn man eine tolle Aufgabe hat, ein tolles Umfeld, dann fühlt man sich da sehr, sehr schnell heimisch. Und das habe ich hier jetzt, obwohl es sich um Stunden handelt, auch schon spüren dürfen, dass man hier mit sehr viel Offenheit und Sympathie empfangen wurde. Und das trägt natürlich seinen Teil dazu bei, dass man mit einer höheren Wahrscheinlichkeit sich sehr, sehr schnell hier heimisch fühlen kann. Wie erleichtert sind Sie denn, dass quasi Minuten vor dem offiziellen Arbeitseintritt eigentlich die schwerste, herausforderndste Arbeit gelöst wurde, nämlich das Finanzpaket zu schnüren? Ja, also es war wirklich, dank Michael Scheuerreuth, nochmal eine sehr, sehr gute Ausgangslage, auf der wir natürlich jetzt irgendwo aufsetzen können. Heißt aber nicht, dass wir uns jetzt hier im Team zurücklehnen können, sondern die Arbeit, die fängt jetzt an, mit Blick auf die Vorbereitung, was die neue Spielzeit betrifft, in allen Bereichen. Und da gilt sicherlich noch, viele wichtige Themenstellungen im Team gemeinsam zum Erfolg zu bringen. Ich wollte nochmal nachhaken bei der Frage vom Kollegen Schneider. Und zwar zur Gesundung generell, zur finanziellen. Ist das in der dritten Liga Ihrer Ansicht nach überhaupt möglich? Mein Stichwort ist hier immer Konsolidierungskurs, über den heftig diskutiert wird unter den Fans. Man weigert sich irgendwie gegen Darlehen und andere Formen, richtig Geld reinzupumpen. Ist die dritte Liga für diesen Konsolidierungskurs Ihrer Meinung nach überhaupt die richtige Liga? Allgemein habe ich es beantwortet. Im Speziellen würde ich Sie da wirklich nochmal ein bisschen um Aufschub bitten, dass ich da nochmal in die Details einsteigen kann, um mir ein noch besseres Bild zu machen, wie sich die Situation darstellt und welche Möglichkeiten die aktuelle Liga, bezogen auf die Aufwand- und Ertragslage, uns beschert. Herr Pfeiffer, was mich auch interessieren würde, sind Sie bei jedem Auswärtsspiel auch dabei? Sind Sie so ein Geschäftsführer, als kaufmännischer Geschäftsführer, der immer dabei sein will? Oder sagen Sie, nee, das soll der Sport machen? Was haben Sie da für eine Sichtweise? Wie ich es eben sagte, wenn es der Sache dient, bin ich sehr gerne dabei. Natürlich möchte ich mal die Arbeit auch rund um den Spieltag heim und auswärts mir jetzt mal genauer anschauen. Auch da findet ja in der Zusammenarbeit mit Ihnen allen Kommunikation und ein Austausch statt, was ich mir genauer anschauen möchte. Ich möchte mir die Abläufe genauer anschauen. Es gibt auch sicherlich Themen, die insgesamt auf die Organisationen Einfluss haben bei den Spielen. Und gleichermaßen ist es durchaus so, natürlich steht die Mannschaft und der Sport im Vordergrund. Und das geht es am Ende vom Tag. Aber wenn man hier sechs Tage für den Verein und für die Aufgabe alles gibt, dann möchte man auch am siebten Tag, um jetzt nicht die Bibel zu zitieren, aber dann möchte man auch am siebten Tag mit dabei sein, um zu schauen, wie sich dann die Mannschaft auf dem Platz zeigt. Noch eine Frage, Herr Pfeiffer, und zwar, es läge ja irgendwie nahe, dass Sie als Stuttgarter den anderen Stuttgarter, der hier Geschäftsführer war, nämlich Herrn Fauser, kennengelernt haben. Hat er eventuell die Weichen gestellt oder haben Sie sich mit ihm ausgetauscht? Es gibt keinen persönlichen Kontakt, nein. Habe ich bis dato auch noch nicht kennengelernt. Herr Pfeiffer, haben Sie irgendwelche Erinnerungen an 60 Münken aus Ihrer Kindheit, aus Ihrer Jugendzeit? Gibt es da irgendeinen Idol aus Ihrer Sicht? Beim VfB war das zum Beispiel Guido Buchwald, all die Försterbrüder. Gibt es bei 60 auch jemanden, der Ihnen im Gedächtnis geblieben ist? Sie hat mich ja eingangs auch nach der Frage nach besonderen Erlebnissen mit den Löwen gefragt. Also ich war in der Tat bei zwei bedeutenden Spielen persönlich mit dabei. Ich hatte das Relegationsspiel damals in der Arena noch gegen Regensburg mitverfolgt. Und andersrum viel positiv und auch so eine Zeit des Umbruchs war sicherlich das Relegationsrückspiel gegen Saarbrücken, wo am Ende nach dem Spiel ja dann auch die Bände gebrochen sind und alle Zäune unten waren. Und ja, war eine tolle Emotion. Und ich darf nochmal an die Frage vorher anschließen, was mich begeistert hat. Das war auch eine Kraft und eine Energie, die ich da miterlebt habe, die mich dann auch wahnsinnig begeistert hat, die toll war. Und ich glaube, das sind auch hier bei Ihnen allen in den letzten Jahren wahrscheinlich die mitschönsten Erlebnisse, die man so vorfindet. Persönlichen Bezug zu Spielern hatte ich aufgrund meiner Ausrüstertätigkeit mit dem einen oder anderen Akteur. Der Guglielmo Valori war zum Beispiel jemand, der damals unser Produkt getragen hat, mit dem ich ein sehr wertschätzendes, positives, freundschaftliches Verhältnis zu der Zeit geprägt hatte. Zudem gab es ja auch den einen oder anderen Schlotterbeck, der, wer uns aus der Region kommt, der hier die Fußballschule geschnürt hat. Ich denke, wer im Fußball arbeitet und in dem Umfeld agiert, der trifft den einen oder anderen Weggefährten. Und ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist es immer höher, eine positive Emotion zu verbinden, wenn man auch den Menschen kennt. Und wie gesagt, dort, wo es eine persönliche Verbindung gibt, da gibt es auch die Emotionen. Herr Pfeiffer, wo Sie gerade schon drüber sprechen, Hassan Ismail hat schon mal angedeutet, dass Nike auch als Ausrüster bei 60 zurückkehrt können. Oder dürfen Sie zum jetzigen Zeitpunkt da schon was dazu sagen? Wir haben in der aktuellen Spielzeit noch zwei Spiele. Die werden wir mit unserem aktuellen Ausrüster definitiv bespielen. Und sind auch sehr dankbar von den Kollegen gehört, dass es eine tolle Partnerschaft war, wo auch der Ausrüster sehr individuell in der Produktgestaltung mit allen Mitarbeitern in Themen in Produkte investiert hat. Und kann aber auch schon andeuten, dass sie da richtig liegen mit ihren Vermutungen, dass es mit einer hohen Wahrscheinlichkeit nach dem letzten Spiel dann auch zu einem Wechsel im Bereich der Ausrüstung kommen wird. Gut, der Blick in die Runde sieht so aus, als gäbe es keine weiteren Fragen. Dann sage ich vielen herzlichen Dank für die erste Vorstellung. Dankeschön, dass ihr alle an dem schönen Tag in den Lübenstüberl-Biergarten gekommen seid. Und ja, dann können wir uns langsam vorbereiten auf hoffentlich drei Punkte in Großasbach. Also auch von meiner Seite nochmal vielen Dank für das zahlreiche Erscheinen auf gute Zusammenarbeit. Ganz lieben Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020